Bei DMC, dem Druck- und Mediencenter-Hahn, hat man früh erkannt, dass Werbetechnik und Offset-Druck zusammenwachsen und startet somit gehörigem Vorsprung in ihren Auftrag. 2003 gegründet, beschäftigt das in ganz Deutschland engagierte Unternehmen 10 Mitarbeiter, die Grafik, Druck und Werbetechnik auf ein neues Niveau heben. Erstklassige Spezialisten kümmern sich um Fahrzeugverklebungen, Leuchttransparente, Offset- und Digitaldruck sowie Textildrucke. Ganz so, wie Sie es wünschen. Der Vorteil, der Kundenarbeit zuteil wird, liegt in der Vielfalt der angebotenen Services und der Alles-aus-einer-Hand-Packages. Sie müssen keinen Gedanken an die Feinabstimmung zwischen einzelnen Firmen verschwenden, sondern können sich gemütlich zurücklehnen. Das DMC-Team wird Sie nicht enttäuschen. Weitere Infos zum Unternehmen, das dank dem Motto »Es lebe die Vielfalt« veritable Erfolge feiert, finden Sie auf www.druck-mediencenter.de oder www.dmc24.de.